Als Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat gewählt. Schulungsanspruch? Sie sind gewählt worden, aber nicht zum Betriebsrat, sondern zum Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Ihnen sitzt also der Arbeitgeber nicht gegenüber, wie das beim Betriebsrat der Fall wäre. Nein, Sie sind, wenn man so will, vielmehr Teil des Arbeitgebers, also Teil eines Kontrollgremiums der Gesellschaft. Nämlich derjenige Gesellschaft, mit der Ihre Arbeitnehmer, die Sie in den Aufsichtsrat gewählt haben, in aller Regel Ihre jeweiligen Arbeitsverträge abgeschlossen haben. Jetzt mag es so sein, dass Sie zwar als Betriebsrat wissen, wie der Hase läuft, wenn es um betriebliche Mitbestimmung geht. Aber das Feld, welches Sie jetzt als Aufsichtsratsmitglied betreten, das ist nochmal ein völlig anderes, nämlich das der Unternehmensmitbestimmung. Und glauben Sie mir, auch dieses Feld kann ein Minenfeld sein. Der Aufsichtsrat kontrolliert die Geschäftsführung bzw. den Vorstand einer Gesellschaft. Bei Entscheidungen mit großer Tragweite für das Unternehmen braucht es seine Zustimmung. Und der Aufsichtsrat, der vertritt ferner die Gesellschaft gegenüber dem Vorstand bzw. die Geschäftsleitung. Er kommt also beispielsweise dann zum Zuge, wenn es um das Anstellungsverhältnis des Vorstandsvorsitzenden geht. Die Mitglieder im Aufsichtsrat befinden sich dahin einer besonderen Position und tragen daher ebenso jede Menge Verantwortung. Wenn Sie dieser Verantwortung gerecht werden wollen, dann brauchen Sie also entsprechende Fachkenntnisse. Die große Frage daher, haben Sie als gewählter Arbeitnehmervertreter in den Aufsichtsrat einen Anspruch auf entsprechende Schulungen? Die Antwort beortet, ja. Zwar steht ein solcher Anspruch nicht ausdrücklich im Gesetz, jedoch verlangt bereits die höchstrichterliche Rechtsprechung von einem Aufsichtsratsmitglied gewisse Mindestkenntnisse. So können zwar Sachverständige zu Bestimmten, aber noch lange nicht zu jedweben Sachverhalten zugezogen werden. Vielmehr, so der Bundesgerichtshof, muss ein Aufsichtsratsmitglied diejenigen Mindestkenntnisse und Fähigkeiten allgemeiner, wirtschaftlicher, organisatorischer und rechtlicher Art besitzen oder eben sich aneignen, die es braucht, um alle normalerweise anfallenden Geschäftsvorgänge im Aufsichtsrat auch ohne fremde Hilfe verstehen und sachgerecht beurteilen zu können. Nun läuft die Wahl zum Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat rein demokratisch ab. Und es ist also gerade keine Voraussetzung, bereits entsprechendes Wissen zu haben, das später dann im Aufsichtsrat benötigt wird. Daher muss es dann aber eben auch einen Weg geben, über den ein gewähltes Aufsichtsratsmitglied ohne genügend Fachwissen eben diese Wissenslücke schließen kann. Und tatsächlich, als Anspruchsgrundlage wird nun zwar nicht der für die Weiterbildung des Betriebsrats so relevante Paragraf 37 Absatz 6 Betriebsverfassungsgesetz herangezogen. Jedoch die Paragrafen 670 und 675 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Sofern also ein Seminar für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat erforderliche Fachkenntnisse vermittelt, besteht ein Anspruch auf Vorzahlung der Vergütung während der Schulung und ferner ein Anspruch auf Erstattung der Kosten, die durch die Teilnahme am Seminar entstehen. Als Maßstab, was nun erforderlich in dem Sinn sein soll, können Sie im Wesentlichen auf den Begriff der Erforderlichkeit zurückgreifen, den ich in anderen Videos dort aber im Zusammenhang mit dem Schulungsanspruch von Betriebsräten erläutert habe. Ein wichtiger Punkt aber noch. Für die Teilnahme an solchen Seminaren ist kein Beschluss bzw. keine Zustimmung des Aufsichtsrats oder des Unternehmens erforderlich. Hier gilt, Sie müssen als gewählter Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat eigenverantwortlich verantworten und entscheiden, ob in Ihrem Fall eine Schulung zum Thema Aufsichtsrat erforderlich ist oder nicht. Mein Name ist Dr. Matthias Fersl und wenn Sie wollen, dass auch Ihre Kollegen die wertvollsten Tipps zum Schulungsanspruch bekommen, dann teilen Sie doch dieses Video. Hat's dir gefallen? Super! Dann sieh dir doch auch dieses Video an, das speziell für dich ausgesucht wurde. Hier findest du ein Gratis-Angebot für dich als Betriebsrat. Und hier kannst du kostenlos unseren Channel abonnieren. Wir freuen uns auf dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei.